Musik Meine Damen und Herren, die Voice Factory, die Stimmenfabrik am Rosengarten 16, inmitten der Rosengärten-Vuldas, einen Stimmen-Check, ein Check der Stimme bekommen Sie, ganz kostenlos bei uns. Am Aktionstag um 18 Uhr kommt auch meine sehr bekannte Sängerin hierher zu einem Demonstrationsunterricht. Und oft stehen wir in diesem Saal. Bis dann! Untertitelung des ZDF, 2020